Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Time Medic Hyäne Time Medic ist ein Mitglied der Raper-Crew Neu Berlin Soldiers und wurde durch seine Teilnahme am JBB 2015 bekannt. Nun ist es an der Zeit für sein Debütalbum. Hyäne sollte ursprünglich am 15. Februar 2019 erscheinen, wurde dann aber aufgrund der Teilnahme am JBB 2018 verschoben. Hyäne kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Julian Boss und MyZap. Das Album erscheint über Neu Berlin und erscheint als CD und auch als Box. Shake One, Shakitistan Im Dezember 2017 lieferte Shake sein letztes Album mit dem Titel Bossen und Bumsen ab. Jetzt ist es an der Zeit für sein drittes Soloalbum. Shakitistan beinhaltet 10 Tracks, Features kommen unter anderem von Moloch Dilemma und MC Bomber. Das Album wird über Nordachse veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.